Musik Ich finde es unerträglich, dass auch in Hessen Waffen hergestellt werden, die Deutschland in alle Welt exportiert. Darunter zum Beispiel an Erdogans Türkei, die einen blutigen und völkerrechtswidrigen Krieg führt. Damit muss Schluss sein. Die hessische Verfassung verpflichtet zu Frieden und Völkerverständigung. Die Linke setzt sich ein für ein Verbot von Waffenexporten und für ein Ende der Rüstungsproduktion in Hessen.